Dass man dann immer gleich denkt an Chatbots und KI, aber es fängt eigentlich im Kleinen an. Es ist auch zum Beispiel einfach nur, dass man vielleicht Online-Tisch buchen kann oder Online-Gutscheine bestellen kann. Es sind aber manchmal auch die kleinen Dinge. Wir wollen einfach die Betriebe so mit kleinen Steps heranführen an die Digitalisierung. Ich bin bei der Tourismus-Klasse Schleswig-Holstein angestellt. Das ist bei der WTSH angesiedelt. Ich bin Projektmanagerin für dieses Projekt seit März 2019, also auch ganz frisch. Darf ich diesen tollen Beruf ausüben. Wir kümmern uns um Betriebe sozusagen. Das Tourismus-Klasse ist das Branchen-Netzwerk für alle touristischen Betriebe in ganz Schleswig-Holstein. Unsere Hauptfunktion ist sozusagen, das Branchen-Netzwerk zu bilden. Also immer zentrale Ansprechpartner sein für Betriebe, bei Fragen zu fördern, Finanzierungsmöglichkeiten, bieten Weiterbildung an etc. Wir haben verschiedene Angebote. Erstmal ist es natürlich immer gut für Betriebe in einem Netzwerk zu sein, weil man natürlich viel lernen kann. Man kann sich immer mit Branchen, also Branchenintern, Hotels zum Beispiel, wir haben viele Hotels in unserem Netzwerk, Hotel, Gastronomen etc. immer vernetzen. Aber wir vernetzen natürlich nicht nur so untereinander, also die Hotelpartner, sondern auch in die Wirtschaft oder in die Wissenschaft und in die Politik. So kann man so auf beiden Wegen profitieren irgendwie von unserer Arbeit. Das heißt, wir können natürlich die Informationen mitnehmen, die sich in Politik oder Wissenschaft ergeben. Zum Beispiel bei euch in der EFA-Westküste können das zum Beispiel in Hoteliers zuspielen, aber auch immer in die andere Richtung. Dass wir natürlich auch die Bedürfnisse sehen der Hoteliers oder die Fragestellungen und dann in die andere Richtung vernetzen. So sind wir immer so ein zentraler Ansprechpartner. Aber wir bieten natürlich auch Weiterbildungen an. Wir haben jetzt als großes Thema Digitalisierung. Das ist sozusagen unser Kernthema und da bieten wir natürlich auch immer in Abstimmung mit lokalen Tourismusorganisationen, DMOs, aber auch den Betrieben, suchen wir die Themen aus und bieten dann kostenfreie Weiterbildungen an. Genau, das gibt es beides. Also wir bieten immer natürlich Vorortveranstaltungen an, auch in Persönlichkeit, das ist ein bisschen Face-to-Face ist natürlich auch, weil es natürlich auch in den Pausen immer Gelegenheit zu Netzwerken unter den Hoteliers bilden. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt mittlerweile auch Online-Angebote. Das Tourismus-Cluster ist dafür zuständig in Kooperation mit den DMOs und mit natürlich den Partnern wie euch, der EFA-Westküste mit Tourismus 4.0, aber auch mit Hubertus Stock von Tourismus Zukunft, also von Tijit. Genau, und der SEGRA, da sind wir jetzt gerade bei, die verschiedenen Online-Angebote, die es schon gibt in Schleswig-Holstein, auf eine Plattform zusammenzuführen, also eine Kooperation zu bilden, dass es für alle touristischen Betriebe in ganz Schleswig-Holstein zugänglich ist. Und der große Vorteil da ist natürlich, dass es individuell genutzt werden kann. Zeitlich flexibel, individuell nutzbar, abends um acht, auch nachts um drei oder morgens um sieben, sodass jeder individuell lernen kann, so wie er Zeit hat. So flexibel wie auch die Hotellerie oder die Gastronomie natürlich ist. So flexibel ist auch das Lernangebot dann, ja. Wir planen wieder im Herbst, wir planen immer ein- bis zweimal im Jahr eine Roadshow, also es sind insgesamt fünf Veranstaltungen. Wir planen natürlich diese fünf Veranstaltungen, aber wahrscheinlich noch mehrere kleine Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung. Wir versuchen natürlich das Thema Digitalisierung, da es echt so ein Totschlagbegriff ist. Also es ist halt immer so eine große Angstmacher teilweise auch bei den Betrieben, wie wir jetzt so mitbekommen haben. Also dass man dann immer gleich denkt an Chatbots und KI, aber es fängt eigentlich im Kleinen an. Es ist auch zum Beispiel einfach nur, dass man vielleicht Online-Tisch buchen kann oder Online-Gutscheine bestellen kann. Es sind dann manchmal auch die kleinen Dinge, dass man seinen Google-My-Business-Eintrag für sich beansprucht zum Beispiel. Es sind manchmal auch einfach nur kleinen Steps, dass man vielleicht ein bisschen schaut, okay, wie bin ich bei TripAdvisor vertreten? Gibt es da schon Online-Bewertungen? Werden kann ich das so steuern? Also wir wollen einfach die Betriebe so mit kleinen Steps heranführen an die Digitalisierung. Und so ist auch ein bisschen unser Konzept der Roadshow, dass wir immer schauen, in welche Region ist welcher Bedarf da und dann gehen wir individuell mit unseren Referenten darauf ein. Genau, das ist immer unser Hauptanliegen, dass es immer die Theorie in der Praxis verbunden ist, sodass man es auch gleich anwenden kann und nicht einfach mit dem kleinen Schritt, sie einfach mal ranährt und einfach mal schaut, was gibt es noch da draußen. Und dann kann man ja zum Beispiel auf unsere Online-Learning-Plattform, die jetzt auch bald aktiv wird, einfach mal gehen und da schon, was ist da für mich einfach zu bieten? Wo kann ich noch ein bisschen weiterverfolgen, mich ein bisschen vertiefen, das Thema vertiefen? Wo kann ich noch ein bisschen mehr? Wo kann ich noch? Untertitelung des ZDF, 2020